Oh, so. Hier. Hier steht das gut, glaube ich, oder? Im Moment noch so ein bisschen nach da. Ja, so ist gut. Dann sieht der Nikolaus das bestimmt. Pieps, wo ist dein Glas? Mein Glas? Wozu brauch ich denn dein Glas? Ja, das ist mein Schuhersatz. Dein Schuhersatz? Wozu brauchst du denn dein Schuhersatz? Heute Abend kommt doch der Nikolaus. Der Nikolaus! Stimmt. Ja, wir haben ja schon. Wir haben ja Nikolaustag. Ja, und guck mal, das ist auch ganz sauber. Oh, das ist ja schön. Das ist wow. Das hast du aber richtig schön sauber gemacht. Ja! Das hast du dir richtig viel gegeben, oder? Ja, ich will ja auch, dass der Nikolaus ganz viel da reintut. Ganz viel. Oha. Boah, das ist schon toll, ne? Ja. Das ist so einfach und Sachen schenkt und so. Das ist voll lieb. Ich dachte mir halt, wir haben ja keine Füße. Irgendwann brauchen wir ja trotzdem. Ja! Und dann dachte ich einfach, ich mache einfach ein Schuhglas. Ein Schuhglas? Das finde ich eine super Idee. Genau. Du, sag mal, ja? Ich habe eine Idee. Was denn? Weißt du, was wir heute Nacht machen können? Was denn? Wir können Nikolaus spielen. Wir können Schuhlgefeld gehen. Das ist ja voll cool. Ja! Hast du Lust? Ja! Okay, dann sind wir auch voll lieb. Wir müssen nur ganz schnell irgendwelche Sachen finden, weil das muss ja noch heute Nacht passieren. Stimmt. Dann haben wir schon fast Abend. Ja. Okay, wir teilen uns auf und dann gucken wir, was wir finden, okay? Ja, das klingt gut. Okay. Wir sehen uns in 5 Sekunden wieder. Ja, das klingt gut. Okay, bis gleich. Bis gleich. Oh, die Geruchsterne. Oh, die sind toll. Ja, weißt du was? Vielleicht riechen ja die Schuhe von manchen Leuten nicht so gut. Und dann tun wir einfach Geruchsternerei. Ja, guck mal, ich habe eine Blume mitgedacht, weil Blumen sind doch immer... Oh, ja, überbrücken vielleicht jeder. Ja, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr, oder? Ja, weißt du was? Nee. Vielleicht könnten wir eine unserer Klobürsten abgeben. Darüber freut sich doch jeder, oder? Klobürste, toll. Aber es ist auch Klobürste. Ja, wir haben noch eine zweite. Okay, stimmt. Ja, okay. Ich gehe die gerade mal holen. Ja, danke schön. Hoppala, die ist mir aus dem Mund gefallen. Guck mal, weil ich hatte da noch... Ich habe noch eine halbe Weile. Ich dachte, Nikolaus, der bringt doch immer alles so vorbei. Ja, das ist gut. Essen ist super gut. Essen ist super. Ja, essen darf ich nicht fehlen. Okay, dann, ähm, wie transportieren wir das denn jetzt alles? Äh, hast du deinen Schlitten? Ja, wir können mit dir Schlitten fahren. Oh ja, Moment. Guck mal, ich habe sogar einen extraen Schall für dich. Kannst du anziehen. Ja, danke schön. Und weißt du was, was ich habe? Moment. Eine Fliegerbrille. Oh ja, das ist ganz wichtig. Dann kannst du vorne sitzen. Ja, genau, genau. Ja, genau. Dann musst du noch den Schall anziehen. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Los geht's. Voll gepackt sind wir hier. Nikolaus-Mission, wir kommen. Oh, Moment, guck mal. Da ist ein Schuh. Da ist ein Schuh. Ja. Moment, ich muss kurz meine Brille ausziehen. Wow. Aber das ist ja gar kein Stiefel. Was machen wir denn jetzt? Ich gehe immer untersuchen. Was ist denn? Das stinkt ganz schön, du. Der stinkt ganz schön. Kann man da jetzt was reintun? Weiß ich nicht, weil eigentlich tut man ja was in Stiefel rein. Ja, stimmt. Weiß ich ja auch. Stell ich Stiefel raus. Ja, genau. Und dann freut ihr auf den Nikolaus. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Was denn? Wir können einfach die Orangenschalen reintun. Dann riecht es gut. Stimmt. Da hat er ja auch was davon. Genau. Genau. Dann ist es unser Kompro-Dings. Moment. Ich gehe mal holen. Fertig. Das sieht gut aus. Okay, dann Flea-Brille wieder an. Und los geht's. Hui. Hui. Oh. Ein Stiefel. Wie toll. Das ist ja cool. Boah, da können wir ganz viel reingucken. Guck mal, wie groß der ist. Ja. Vielleicht könnte er ja auch riesen. Guck mal. Wir können da reingehen. Wir können da reingehen. Frieda, Frieda, Frieda. Komm da raus. Frieda. Frieda. Das war ein Schock. Boah, ist das gefährlich. So ein Stiefel. Ja. Okay, dann tun wir erstmal jetzt Sachen rein. Was haben wir denn alles? Die Blume. Ja, die Blume ist gut. Und vielleicht noch die Orangenschale, weil das raucht auch nicht so gut da drin. Okay, dann nimm mal die Orangenschale. Wir können die Nuss auch mit reintun, weil das ist irgendwie voll leer noch. Ja. Ja, mach mal. Ja, okay. Ich glaube, es ist besser, wenn du das machst. Ach so. Äh, Moment. Super. Es ist aber irgendwie immer noch voll leer. Ja. Voll komisch. Dann will die Kloböse noch rein tun. Ja. Das ist eine gute Idee. Boah, das sieht voll schön aus. Oh, richtig schön, Mensch. Voll cool. Ja. Boah, ich bin voll stolz auf uns. Ich bin auch richtig stolz auf uns. Das finde ich toll in die Kuläuse. Ja. Ja. Aber wir haben ja jetzt gar nichts mehr. Mensch. Dann haben wir halt nur einen Schuh verteilt. Ja, das finde ich auch okay. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren jetzt wieder nach Hause, oder? Ja. War auch schon ziemlich anstrengend. Das ist nicht anstrengend. Ich glaube, wir gehen mal schlafen. Und weißt du was? Vielleicht hat ja der Nikolaus was für uns morgen. Das wäre ja voll cool, finde ich. Dann gucken wir einfach in den Adventskalender. Ja. Das ist eine gute Idee. Super Idee, ne? Dann Brille auf und wir fahren nach Hause. Okay, let's go. Boah, das war eine lange Nacht. Ja, finde ich auch. Ganz viel Stiefelhange befüllt. Jetzt will ich eigentlich nur schlafen gehen. Aber vorher müssen wir noch das sechste Türchen auf. Ach ja, 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 komm. Komm, auf geht's. Wo ist denn die sechs? Jetzt, Achtung, öffne mal. Ich bin dafür heute zu müde. Und? Hör. Sehr lustig. Das ist eine Muschel. Aber siehst du aus, siehst du aus wie ein Nikolaus. Hast du die am Strand gefunden? Ne, sowas gibt es nicht am Strand. Sieht aus wie der echte Nikolaus. Moment. Da. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Nikolaus. Boah, siehst du aus wie der Nikolaus. Eine Nikolausmuschel. Hm, die findet man aber wirklich nicht am Strand. Ja, dann müssen wir sie selber machen. Wie ist das denn? Dann haben wir... Hm, weiß ich noch nicht, aber steht bestimmt auf dem Block. Dann haben wir immer einen eigenen Nikolaus. Boah, dann müssen wir nicht immer die Stiefel befüllt, sondern dann befüllt der vielleicht heute nochmal unsere Stiefel. Ja, aber die Nikolausmacht ist doch schon vorbei. Ach ja. Vielleicht machen wir es ja nächstes Jahr. Boah, das wird toll. Wird vorsichtshalber auf jeden Fall welche basteln. Gut, kriegen wir einen Plan. Also, auf geht's, Muscheln suchen? Ja. Oh, okay. Wir müssen das heute noch verabschieden. Oh, okay. Tschüss. Tschüss. Du? Ja? Was ist denn? Was machen wir hier eigentlich? Weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, wir sollen irgendwas sagen. Ja, was sollen wir denn sagen? Und zu wem? Weiß ich jetzt auch nicht. Zu den Leuten. Weißt du, was man immer gut sagen kann? Was denn? Danke. Danke ist gut. Okay, sollen wir zusammen Danke sagen? Ja. Danke! Für was eigentlich? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Vielleicht, weil sie uns zugeguckt haben. Haben sie uns überhaupt zugeguckt? Weiß ich nicht. Na ja. Okay. Und jetzt? Wir könnten gehen. Das ist ein Plan. Okay. Ja, dann noch Tschüss sagen. Oh, hoppala, hoppala. Ja, vergessen. Oh, okay. Okay. Auf drei? Ja. Eins, zwei, drei. Tschüss!